Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kann jetzt richtig auf den Tisch schauen, weil das Mikrofon steht hier nicht mehr. Ich versuche jetzt mal mit so einem kleinen Mikro hier, ist glaube ich nicer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin, aber gut, ich bin halt ein bisschen dumm. Im Hintergrund ist auch was neu, ihr seht es schon, da ist jetzt so ein V. Also das V wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen größer, es geht noch weiter nach oben. Es sieht jetzt halt clean aus, ich habe hier auch bei dem OpenShield dieses Kabel weggemacht, in so einem Kabelkanal. Ja, das haben ja so viele geschrieben, dass ich das machen soll. Auf der anderen Seite sind die Neon Science ganz weg, ich weiß nicht, ob ich die wieder hinmachen soll, keine Ahnung. Irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich habe mir auch einen neuen PC und so geholt und das ist vor allem auch für die Livestreams, die ich machen möchte, der Hintergrund dann halt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir machen heute etwas sehr Nices, jetzt muss ich auch hier oben in der Ecke Werbung einbinden, weil die Box, die wir auspacken, habe ich umsonst von Xiaomi zur Verfügung gestellt bekommen. Viele von euch kennen die Firma wahrscheinlich auch unter Xiaomi, weil es mit X geschrieben wird, aber es wird Xiaomi ausgesprochen. Eine absolut geisteskranke Technikmarke, die machen so viel Zeug. Mein allererster Saugroboter war auch von denen, die machen wirklich alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Handys, Kopfhörer, Bildschirme, Smart TVs und das alles finde ich zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe hier die Box bekommen, passend zum Black Friday. Ich zeige euch die mal. So sieht das Ganze aus, ist gar nicht sonderlich schwer, aber mir wurde gesagt, hier ist auf jeden Fall eine Menge cooles Zeug drin. Und ich bin super gespannt. Das Ganze wird natürlich auch zu den Sachen, ihr könnt es nicht sehen, aber da ist dieser Riesenhaufen zur Dezember-Verlosung gepackt. Also es wird immer mehr und immer mehr und es kommt noch so viel hinzu. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und wir machen das Ganze jetzt mal vorsichtig auf. Ach so, das ist hier noch zugeklebt, glaube ich. Ich will es eigentlich gar nicht kaputt machen, weil die Box sieht so nice aus. Oh nein, let's go. Eins, zwei, drei, vier Sachen haben wir drin und Kugelschreiber. Kugelschreiber kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen, aber das ist ja langweilig. Im Vergleich zu dem, es ist auch geil, Alter. Wir haben ein geiles Handy. Ich weiß, welches Handy das ist. Ich hatte es noch nie und ich freue mich umso mehr, dass es da jetzt drin liegt. Es ist auf jeden Fall ein fettes Handy. Und ich starte aber erstmal mit den Sachen, die wahrscheinlich nicht so interessant sind, aber trotzdem nice. Zum Beispiel haben wir hier, habe ich gerade gesehen, ein Mi-TV-Stick. Wenn ihr kein Smart-TV habt, könnt ihr einfach diesen Mi-TV-Stick in euren Fernseher stecken und habt dann automatisch Netflix, YouTube, Prime, alles mögliche halt, was man so braucht. Ich habe allerdings ein Smart-TV, deswegen kann ich das nicht gebrauchen. Aber ich lege es natürlich zu den ganzen Sachen. Wir können den eigentlich auch mal kurz auspacken, weil ich muss sagen, ich habe diesen Stick so noch nie gesehen. Also an den, der den dann irgendwann mal kriegt, tut mir leid, dass der schon auf ist. Ich hoffe, dass die Verpackung schon eingerissen ist. Oh Mann, Entschuldigung. Also ziemlich simpel, so wie man sich das vorstellt. Einfach hier kannst du in den Fernseher stecken mit HDMI-Anschluss und let's go. Ich glaube, mehr muss ich dazu auf jeden Fall nicht sagen. Für die, die es interessiert, blende ich hier auch die Summe von den Produkten ein, damit man halt so weiß, wie viel Wert hier drin ist. Interessiert mich selber auch. Deswegen mache ich das einfach mal. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar haben wir hier, aha, da bin ich ja der absolute Profi. Mi True Wireless Earbuds. Basic. Ja, ich weiß gar nicht, Alter. In schwarz. Und ich habe gesehen, wir haben dazu auch noch andere in weiß. Das sind allerdings die Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Bevor wir die jetzt auspacken und dann mal testen, muss ich noch darauf hinweisen, dass ich zusammen mit Xiaomi diesen Freitag von 12 bis 14 Uhr einen Livestream veranstalte. Und zwar auf der offiziellen Xiaomi-Deutschland-Website mi.com. Und das Ganze zum Glück nicht alleine, sondern zusammen mit Jumbo. Den kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich blende ihn euch hier mal ein. Wir werden uns auf jeden Fall dahin setzen. Das Ganze findet statt im Saturn in Köln. Und streamen von da aus, machen geile Challenges. Es gibt eine Menge coole Verlosungen. Es gibt Rabattaktionen und so weiter. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr alle am Freitag in den Livestream kommt. Von 12 bis 14 Uhr. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinke ich euch das. Da könnt ihr einfach auf den Link klicken. Wie gesagt, geile Verlosung. Es wird sich lohnen. Und ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Und ja, jetzt checken wir mal hier die Earphones ab. Earbuds, was auch immer. Ach so, nee, beides. Auch hier habe ich euch sicher schon den Preis eingeblendet. Ich habe gerade gesehen, die sind ziemlich preiswert. Diese hier kosten 22,99. So, bam. Ach, hier sind tatsächlich nur die Kopfhörer drin. Also in meinem Fall absolut gar kein Problem, weil ich habe eine Milliarde von diesen Kabeln. Aber, wenn man halt keins hat. Ja gut, das hat es heutzutage anscheinend jeder. Deswegen, die werden sich schon was bei gedacht haben. Wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig. Danke schon mal dafür. Wir machen jetzt hier dann noch die Earphones auf. Ja, hier haben wir ein Kabel bei. Okay. Das finde ich auch sehr gut. Und die Kopfhörer sind nochmal einzeln hier neben. Dann ballere ich die mal hier ins Case. Zack. Und so sieht das dann aus. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wir schauen gleich mal, welche ich von beiden besser finde. Welche den besseren Klang haben. Aber, ich hole jetzt erstmal das Handy hier raus. Und werde die Kopfhörer dann auch damit connecten. Bietet sich ja an. Hier haben wir das Mi 10 Lite. Auf jeden Fall ein ziemlich geiles Smartphone. Ich habe schon vieles darüber gehört. Hat natürlich auch seinen Wert. Ich glaube, das kostet um die 500 Euro. Blende ich hier euch super gerne auch ein. Ich bin so gespannt, weil das Singen hat wohl eine absolut kranke Kamera. Wir werden sehen. Und die gute Nachricht für euch. Ich gehe mal stark davon aus, am Freitag, am Black Friday, im Livestream, wird davon auch vielleicht das ein oder andere rausgehauen. Designed bei Xiaomi. Okay. Was haben wir hier drin? Ein Case wird auch mitgeliefert. Ich bin nicht so der Fan von Cases, weil ich finde einfach, das macht die Schönheit, die Eleganz von Smartphones einfach kaputt. Okay gut, eigentlich ist es sehr dumm, weil sonst geht halt dein Smartphone kaputt. Und hier haben wir dann auch schon das Smartphone. Holen wir es mal raus. Gebt euch das hier vier Kameras. Hier haben wir nur das Ladekabel drin. Kopfhörer sind nicht dabei. Habe ich aber jetzt auch genug. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal an. Ich sehe gerade hier schon, man kann sogar zwei SIM-Karten reintun. Dann kannst du einmal das als Arbeitshandy nehmen, theoretisch und auch noch privat. Weil es gibt ja sehr viele, die meinen, sie müssen unbedingt zwei Handys besitzen. Let's go. Also ich finde das Design wirklich ultra nice. Gerade durch diese lila-blauen Farben aus dem Hintergrund wird das hier so schön reflektiert. Ja, okay. Starten wir mal. Ich richte das mal eben ein. Und dann checken wir das mal aus. Okay, Leute. Handy ist hochgefahren. So sieht das aus. Ich konnte gerade wählen zwischen zwei Designs. Ich habe mich für Limitless entschieden. Deswegen, das ist so ein bisschen dunkler. Oh, Tinder ist auch direkt schon drauf. Sehr gut. Keiner Spaß. Es sind aber wirklich einige Apps schon drauf. Netflix ist drauf. YouTube ist drauf. Spiele sind schon drauf. Eigentlich muss man sich das ja sonst immer selber noch runterladen. YouTube ist drauf. YouTube Music. Ich muss eigentlich direkt mal die Kamera auschecken, weil die sieht ja so fett aus. Die muss ja jetzt auch geil sein. Einmal kurz mit Duckface, so wie früher. Man sieht halt voll meine Augenringe einfach, weil die Qualität so hoch ist. Aber gut. Dann checke ich jetzt mal die Kopfhörer ab. Welche davon besser sind, ich bin gespannt. Vor allem ja auch, weil ich letztes Jahr eine Menge Kopfhörer getestet habe, die alle ungefähr bei diesem Preis lagen. So, hier haben wir schon mal die Earphones 2 Basic. Die koppeln wir mal eben. Hier wird auch direkt der Akkuzustand angezeigt. 70% beim Case. 36% bei den Kopfhörern. Sieht das stylisch gut aus? Ich weiß es nicht. Werde ich gleich sehen. Und jetzt hören wir hier mal rein. Absolut gut. Für 30 Euro. Ich meine, die kostet nicht mal 30 Euro. Kann man sich nicht beschweren. Sehr guter Klang. Ich bin jetzt mal gespannt auf die hier. Ich gehe aber mal davon aus, die hier sind besser, weil die sind auch letztens erst rausgekommen. Also auf jeden Fall neuer als die schwarzen hier. Aber an sich muss das ja nichts heißen. Wir koppeln dann jetzt mal die anderen. Hier gehen wir mal raus. Die liegen halt auch ganz anders im Ohr, weil du diesen Propfen hier dran hast. Aber gut. Dann bin ich auch damit verbunden. Hören wir mal eben rein. Auch auf jeden Fall absolut akzeptabel. Wobei die weißen hier schon besser sind. Die kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen, ich bin ein großer Fan von der Marke, weil ich finde, die machen halt absolut preiswerte Technik. Und deswegen freue ich mich sehr auf den Livestream am Freitag. Vor allem auf Jumbo und es wird sehr, sehr nice. Kommt dann bitte unbedingt in den Stream. Alle Sachen, die ich hier von Xiaomi zugeschickt bekommen habe, kommen da hinten hin. Die werden im Dezember alle verlost. Deswegen lohnt es sich umso mehr, den Kanal zu abonnieren. Natürlich auch das Handy. Ich habe da hinten noch ganz viele andere Handys. Es kommen noch weitere dazu. Und ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns die Woche wieder. Es kommt nämlich endlich das Video mit den 10 Laptops, die ich aus Polen bestellt habe. Also das war's. Haut rein. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. Ciao.